Musik Ja und damit willkommen zurück heute hier, 6. Dezember, 13. Part vom Landwirtschaftssimulator Let's Play Together. Ja und die anderen sind alle auch wieder dabei. Juhu! Juhu! Ja und es klemmt nicht mehr, wie es im Letzten so schön geheißen hat von mir. Und du holst dich schon mal nicht am Start. Genau. Ja, weil ihr das auch gemerkt habt, es regnet nicht mehr. 66 Prozent. Weil wir nicht da warten dürfen, bis da eine gute Schlumpf da ist, weil es seine Holzkisten wieder in Betrieb genommen hat. Hamster mal eins auf die Arsch geben, hätte das auch schneller laufen. Los Hamsterli, los! Und darum können wir uns dann auch mal um die Zuckerrübenernte kümmern. Dann gehen wir dann auch mal ein bisschen ernten. Aber ich würde sagen, zum Anfang des Parts, mache ich jetzt noch das Feld noch fertig, das ich in der Zwischenzeit schon relativ weit gebracht habe, in der Zeit, wo wir gewartet haben. Ja. Hat irgendeinen einen starken Traktor für mich auf der Seite, wo man normalen Anhänger kann anhängen? Wie zum Beispiel der... vom... von wem ist jetzt der blau? Von mir? Ja. Ja. Wird er gross? Ja. Ja, dann kannst du nachher gleich haben, sobald ich da das Feld fertig habe. Doof. Du musst einfach schnell nachher noch die Zahnmaschinenritter fahren. Gut. Du hast keine so viel Geduld. Jawohl. Du musst etwa noch eine Hanfle haben. Eine Hanfle? Ja, dann... Ja. Wen kann ich mir den eigentlich leisten? Also ich nehme es aus dem, vom griechen Bock. Das ist super. Ja, der 3 Weiss. Für was? Zum 3 Wegen im PGA bringen, mit Silo drin. Oh, ja, dann nimm. Du kannst ja auch meinen Rot nehmen, nicht? Nein, der gross geht eben nicht. Dann nimmst du meinen Pickup. Du kannst nicht drei Anhänger anhängen. Ich kann nicht drei Anhänger anhängen. Das ist ein C, der fährt 100. Das sind 50 Kubik, hey, hallo? Ja. Nimmst Zugmaschine und Olli? Ja, nein, das ist umgekehrt. Ich würde schon meinen nehmen, wenn es geht, aber es geht aber nicht. 99, 100, 100, 100, stopp! Halt nicht mehr rein über uns. Nimmstausch! Nimmstausch! Nehmen wir rein. Wo sind die da dran? Ich bin mir da hier alle durchgelegt. Aha! Ach, alles abgeräumt, nichts mehr rum. Er tut weiterhäckseln, ihm ist das scheisse. Sagen wir mal irgendeinen, wenn wir sehen, dass die Lastwagen weg sind. Dabei sind sie an der Reststrücke nicht hängenbleiben. Frisch, Fröhle, kann man häckseln, das stimmt doch. Spätestens jetzt, wenn es so ist, auch die Professionalität wird bei uns losgeschrieben. Es soll nicht wirklich realistisch sein. Wenn ihr zur Bühne noch Röste im Häckseln ist. Brander, schau jetzt in der Tatsache, ich erzähle ich das mit 100. Ja, nur um rösten schnell, bis sie dir... Du, hast gescheitene Anhänger mehr, um zu häckseln und zu laden? Nein, ich muss nachher mit dem Silo im BG an. Können wir Geld machen? Ja, oh, 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 das ist ja eine Driftmaschine, du. Hey, der AMG, der ist ja driftig, du. Du bist ja froh, dass es keine Polizei ist, sonst ist er weg. Verwalt und Weis... Ei, 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 brems du, brems! Was, walt und Weisen aus? Weisen, du, was? Ja. Jetzt wäre ich fast eine Hausmauer mit dem Haaren AMG. Dann musst du einen neuen Kaffee. Ah, nein, nein, nicht schon wieder, nein, nicht schon wieder, aua. Sehr professionelle Arbeiten da. Du fährst mit 100 über den Waldweg. Das ist professionell. So, wo ist jetzt da... Wo muss man da hinfahren, um die Keeper abhängen? Also, der Grosse. Nicht zum Häckseln. Aber sobald du weisst, was dir erzählen wird, fängst du einmal an. Also, wo muss mein grosser Wagen hin zum Hackschnitzel einladen? Äh, der Doppel, der vorhin war. Oh, wie in einem Haus. Ach, der Doppel. Ach so, wie? Wie doch die Wahnsinnig. Nein, Doppel. Eiii. Ach ja, du bist auch Doppel, aber der mal bis zu dir. Fein, nochmal. Hast du ihn überworfen? Nein. Kannst du eigentlich auch etwas? Ja, Farah. Wie sieht es aus mit meinem blauen Traktor? Dahin? Wir haben jetzt shiftieren. Ah, der sich gerade am letzten Streifen dran. Töne. Ich seh da nichts. Ich sehe noch viel Geld 63, 64, 64, 69'000 Du musst doch noch erzählen Was? 63, 66'000, 69'000 Du zählst uns 72'000 Ja Die Baumschule sah immer noch einen Stumpf Aua Auaah Ich wollte auch fragen, ob das weiter In diesem Fall ist er noch erledigt Oh Gott Was kostet denn den Traktor? Das haben wir einmal nachgelockt 350 für mich Er fährt aber nicht mehr so viel, nur noch ein paar mal Hackschnitzel Ja, warte, 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 ja, ja So, Meisterschlumpf, machen Sie weiter Ja Schau jetzt, schau jetzt So, also jetzt kannst du den blauen Traktor backholen Nein, das hättest du nichts zu sagen müssen, also jetzt den Hackschnitzel verladen Ja, ich habe schon 13% Wow, du weisst, dass die Tabelle bis 100 geht So, und jetzt machen wir da ein bisschen Zuckerrübenernte Dass da unsere Sohenschauer das auch mal sehen, wie das funktioniert Dass die Maschinen sammeln das da irgendwie direkt da vorne Ja Ist da dann ein zweiter Flieger zum Traktor? Ohhhh Nein, den habe ich Aber du hast einen zweiter Flieger Ja, die Stämme sind auch nichts wert Ja, mit einem muss man dann nachher mir nachher kommen und abladen, hm? Ja, so soll er nachher, wenn er noch abgeht, hättest du nicht zurück Ah, du fasst schon gerade vor mir Nein, nicht den Auch da sind ja dann Bäume gefällt Sie sehen, dass meine Zuschauer auch einmal Juuu Und jetzt noch, um den Rest von der Maschine zu erzählen Hier oben sehen wir, landen die Zuckerrüben gerade da hinten in dem Sammelbehälter Was ist das für ein Frosch gewesen? Wer hat da beim Baumsagen noch liegen? Du? Ach, ein Scheissdreck Die Maschine übrigens durchgehalten Ja, dann kann es nur einer sein Ich bin jetzt immer mit dem roten Traktor unterwegs Nein, nein, wo ich abgefahren bin, bist du in der Maschine? Nein Wohl? Nein Nein Warte, ich fülle schnell an Ah, da sehen wir mal alle auf einem Haufen oder so, hm? Super, ja, geht das auch ein wenig so Freundlich Ja 30%! Also es kann sich nur noch um Stunden handeln Kannst du gerne selber laden, wenn du schneller bist? Nein Vorsichtig Ich muss Snickers essen Hoi Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist Isst Snickers Niha, Liebemars Twigs Bounty Nein Nein Yay Segen Ho, 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 ich komm zusammen, mich laut Du hast doch gesagt, dass du den Baum bringen gesehen Nichts, lass den Häcksel herunter Du bist nicht so hoch anziehen Du musst sie nicht so hoch anziehen Du musst sie nicht so hoch anziehen Du musst sie nicht so hoch hoch anziehen Da oben hoch anziehen Oh je, meine Ecke Aber wir gehen zwei Verscheidung Nein, da habe ich ganz eingeladen Du willst keine Bäume mehr? Ja, du kannst Häufchen machen, dann kann man sie dann mal laden auf dem Schlepper. Wieso? Kann sie so wechseln? Einmal will er sie hererfahren, dann will er nicht immer sie hererfahren. So, deine Frau sind kapiziert. Oh, fuck. Oh nein, darf ich das sagen? Frau feindlich. Oh, ich glaube schon. Was? Nicht Frauenfeindlich. Schlumpfeindlichen Kopfkorf hätte ich nicht. Ja, nein. Ja, nein. 60%. 30.000 von 42.000. 39.000 von 42.000. Darf ich sie doch sagen? Ja. Ja, ich habe ja auch eine Stimme, die nicht noch weg wird. Wenn du nicht die ganze Zeit mit dem Kran mehr in die Kamera fahren würdest, würde ich... Ich weiss nicht, wo du in die Kamera bist. Ey, aber schau, wie es sauber aufgeladen hat. Hast du ja gesehen? Pfeifen gerade auf der Vorderbank. Der auch. Hi, wie geht's? Oh, und der Traktor ist am Schwanken. Heifel geht in den Wagen ein. 100%. Ah, ja. Das ist jetzt eben einer von den Premium-Modellen, die bis 100 gehen. Und einmal über Läden geht nie, hat die Forscher probiert. 49.000 auf 50.000. Ja, auf 59.000 ist er fertig. 59.000? Ja. Gar nicht mehr. Nein, er hat es probiert. Es ist wirklich nicht gegangen. 90%. Was? 93%. 94%. 95%, 96%. 90%. 100%. 100%. Nur gleich sekel zu seinem Lastweg. So, kommt noch ein Stamm. Einen brauche ich noch. Nein, nur einen kleinen, feinen. Nein, nein. Es sind erst 56.000. Es fehlen noch... Vielleicht habe ich auch falsch geressen. Drei Kubik. Laufendes Angebot immer noch, bist du sicher? Bis heute? 110 Stunden. Sicher läuft es immer noch. Es ist erst 13.40 Uhr. Bis Mitternacht etwa läuft es. Wir sehen, ist der Wald leer und wir sind stinkreich. Ja. Wir sehen es. So. 99, 100 und tschüss. Wir sehen uns. Wir sehen uns für den Geldverzicht und wir kriegen die Mä. Wer hat Lust? Segen. Und wo muss jetzt mit den? Wir können eigentlich noch meine 38.000 vorne zurückerstatten. Ohne Richtung Schopp. Ja, dort muss es blinken. Rechte, wenn hast du 8.000 Euro rausgekommen? Auch wenn ich noch einen User bin. Oh, das ist Pech. Die Bank sagt Danke. Geld wurde Danken angenommen. Aha, da? Hast du noch nicht gewusst, dass so die Wirtschaft funktioniert? Die Reichen werden reicher. Darum bin ich arm. Ja, du bist nicht der Einige. Ich sage mal, was ich für scheiss Maschinen kaufen musste. Ja, ja. Hightech-Maschinen, das Beste vom Besten. Aber ich bin arm. Ja, mal schauen, ob das besser geht mit dem Traktor als mit dem Lastwagen. So abwärts und abwärts. Es passiert einfach nichts. Also gut, Lastwagen ist Scheissdreck. Muss ich nicht kaufen. Was Lastwagen ist Scheissdreck? Gib jetzt doch ein Scheissdreck dir. So, jetzt gibt es den Ball Gelderli. Geld, Geld. Hast du einen Ort gefunden? Ja. Der blinkende Wagen findet man da. Und wo muss man das kippen? Ja, der drückwärts und das Loch herfahren. Glaubwärts. Das Loch ist Let's Play von mir. Wenn der mich verkackt. Wenn der mich verarscht. Du meinst, du meinst jetzt halt den Part schauen, wo ich ein paar Tage online gehst. Ja. Macht Sinn. Nein, es sollte ein Scheuner oben sein. Am Anfang haben wir schon mal Holzschnitzel vertrieben. Hast du mit so einem Anhänger? Nein, im normalen Traktora-Keeper. Aber dann sieht man das Loch wenigstens. Ort, Ort, Ort. Genau, ja. Ja, ich würde sagen, das wäre es noch wieder gewesen für diesen Part. Also, jetzt gibt es Geld. Jetzt gibt es doch Geld. Das müssen wir jetzt schon anschauen. Ja, dann nehmen wir das Geld noch drauf. Dann sind alle zufrieden und glücklich und so. Und so. Und haben sich alle gerne. 100.000 haben wir. 105.000 habe ich. Und vielleicht bist du runtergefahren. Ja. Okay. Hallo. Wir waren immerhin 30.000. Ja, gut. Dann fangen wir mal zu meiner Maschine aus. Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Ja, das wäre es gewesen von der heutigen Samichlaustag-Folge. Ho, ho, ho. Jetzt sage ich es nicht. Natürlich sehr, sehr, sehr speziell gemacht, weil ja heute Samichlaustag ist. Ich weiss auch gar nicht. Gibt es eigentlich Leute, die von der zwei Folgen auch effektiv an dem Tag schauen, wo sie rauskommt? Könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr zu dieser Sorten gehören. Ansonsten, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen gegen oben da. Ich hoffe, ihr seid auch Wohren wieder mit dabei. Und bis dahin. Tschüss miteinander. Ho, ho, ho. Ciao, ciao.